Hey Leute, wäre es nicht mal richtig geil mit der Grafik und der Unreal Engine 5, also der heutigen Zeit, ein richtiges vollwertiges Superman-Game zu bekommen? Warum das Ganze gut funktionieren könnte und wieso es perfekt ins Arkhamverse passen würde, das erfährst du jetzt in diesem Video. Für mehr solcher Videos vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Als Batman Arkham Asylum kam, war es wirklich krass und jeder war hellauf begeistert und das Kampfsystem hat wirklich Spaß gemacht und einiges revolutioniert. Es war eine packende Story und kam so gut an, dass man sich dachte, ey, lass uns doch einfach mal Arkham City machen und das kam ebenfalls gut an. Daraufhin kam ja dann Arkham Origins und irgendwann musste das Ganze aber mal enden und das passierte dann auch mit Arkham Knight. Man hatte wirklich ein absolutes Feeling, denn Open World, geile Kämpfe, viele Gadgets, es war einfach fast schon perfekt. Und sogar andere Entwickler haben sich daran orientiert, wie zum Beispiel Insomniac mit Marvel's Spider-Man, was ja auch in Ordnung ist, denn die haben halt was eigenes draus gemacht. Und viele wünschten sich unbedingt mal wieder ein neues Batman, denn es war echt blöd, dass die Reihe irgendwie geendet hat. Entweder nochmal, doch nochmal eine Fortsetzung oder vielleicht auch irgendwie eine Neuauflage, aber irgendwie, irgendwie nochmal was mit Batman. Und wir haben uns alle gefreut, als angekündigt wurde, dass Arkham Shadows kommt, bis wir rausgefunden haben, dass das nur für die Meta-Quest kommt. Rocksteady hat zwar versucht, das Ganze dann doch irgendwie fortzuführen mit Suicide Squad, das hat aber nicht funktioniert. Warum? Es hatte nicht dasselbe Kampfsystem und war auf Dauer doch eher zu eintönig. Irgendwann, als die Unreal Engine 5 rauskam, gab es viele, die dann eigene Sachen entwickelt haben, auch private Leute. Da gab es wirklich welche, die haben eine ganze Stadt, also ganz Metropolis mehr oder weniger, oder New York gemacht und haben dann einen Charakter gemacht. Du konntest dann quasi mit dem rumfliegen, es war wie ein Superman-Game oder so, also du konntest wirklich nicht viel machen, du konntest halt rumfliegen und so weiter. Und das hat aber absolut Bock gemacht. Und bei Marvel's Spider-Man 2, wenn man dann so durch diese Luftschleusen gleitet, dann hat sich das mehr oder weniger auch wie so ein Superman-Game angefühlt. Und ich dachte mir, das wäre doch wirklich krass. Also stellt euch mal vor, mit der Grafik von heute, so Unreal Engine 5 oder so, oder es muss nicht unbedingt Unreal Engine 5 sein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann so ein richtiges, vollwertiges Superman-Game zu bekommen, wäre doch der absolute Wahnsinn, oder nicht? Also ich kann mir das so gut vorstellen, wie du durch Metropolis fliegst, wie du Laserstrahlen schießen kannst, wie du zuschlagen kannst und so. Es gab schon immer mal wieder Superman-Games und die kamen auch alle nicht so schlecht an. Also die waren nicht absolut überragend, aber es hat ganz gut funktioniert, das Prinzip. Und wenn man das nochmal richtig aufziehen würde, auch mit einem guten Kampfsystem, dann würde Superman absolut funktionieren, wenn man dann eine Überschall durch die Stadt fliegt und irgendwelche Verbrechen bekämpft und so weiter. Und vielleicht auch so ein Level-System hat oder sich neue Fähigkeitspunkte wie beim Marvel-Spider-Man eben kaufen kann, also halt verdienen kann, damit man immer nochmal irgendwie neue Kombos lernt oder so. Bei Batman war es ja immer so, dass mehrere Feinde aufgetaucht sind und am Ende quasi einer dieser Feinde wirklich so der Hauptprotagonist, also Hauptantagonist war. Und das könnte man im selben Stil doch eigentlich auch mit, naja, mit Superman machen. Bei Spider-Man war es auch so, im Endeffekt, es waren mehr oder weniger die Sinister Six, aber ausgelöst war es ja eigentlich dann durch eine bestimmte Person. Und wenn man das auf Superman-mäßige Story überträgt, würde das Ganze doch funktionieren. Vor allen Dingen, wenn man dann Quick-Time-Events einbaut und so, das wäre schon krass, dass man dann irgendwie Flugzeuge retten muss oder irgendwelche Brücken heben muss, das kann ich mir schon vorstellen. Man könnte ja machen, dass die Stadt überrannt wird von irgendwelchen Cyborgs oder von Außerirdischen, man weiß es nicht. Keine Ahnung, aber man könnte das bestimmt aufziehen. Dann kämpft man halt mal gegen Metallo oder vielleicht dann gegen Bizarro, eventuell Lobo und so weiter. Aber ist ja man gegen alle möglichen und am Ende steckt einfach Lex Luthor dahinter und er hat seine Rüstung ausgepackt und am Ende kämpft man gegen ihn. Also man könnte, bestimmt würde ein Superman-Game richtig gut funktionieren. Und ich sage sogar, es wäre perfekt, wenn es im Arkhamverse spielen würde. Aber wieso? Ich meine, nachdem angeblich Suicide Squad im selben Universum spielen soll und wurde das mehr oder weniger versaut, weil das heißt ja da Kill the Justice League. Aber man könnte ja machen, dass das eine andere Zeitlinie ist und dass man es irgendwie korrigiert hat mit einer neuen Season oder so weiter. Keine Ahnung. Aber storytechnisch könnte man es bestimmt noch mal verändern. Wir wissen aber definitiv, und das wird in Batman Arkham ganz oft erwähnt, dass in den anderen Städten auch welche Superhelden existieren. Das wird zum Beispiel auch immer mal wieder von einem fliegenden Typen in Metropolis gesprochen, also von Superman oder von Queen Industries, was eine Anlehnung an Arrow ist. Also Green Arrow oder The Flash oder sonst so. Also es gibt diese Anspielungen, beziehungsweise es gibt alle Helden in den verschiedenen Städten. Und dementsprechend könnte das Ganze funktionieren. Vielleicht sagt man auch, okay, entweder spielt es parallel zum Arkhamverse oder er spielt einfach danach. Weil dann könnte man theoretisch irgendwie damit einsteigen, ja, die ganze Welt weiß jetzt, dass Bruce Wayne Batman ist und so. Und die Situation da drüben ist geklärt. Und das wird halt in Metropolis berichtet. Und wer macht diesen Bericht? Clark Kent, also wir. Das heißt, wir laufen vielleicht auch einfach normal rum erstmal als Clark Kent, bis dann der erste Einsatz ist. Dann ziehen wir uns um und dann macht man sich langsam mit der Versteuerung vertraut, fliegt durch die Gegend, verkloppt Gegner und so weiter. Man könnte ja halt machen, gut, wie will man ihm das Leben abziehen? Man muss natürlich so eine Lebensanzeige machen und gucken, sonst wäre es ja natürlich zu eintönig oder halt, ich kriege keinen Schaden. Das muss man dann natürlich schon irgendwie mit einbauen. Aber an sich wäre das alles machbar und ich würde mich sehr darüber freuen. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es eine richtig krasse Story hat mit allem Möglichen. Also vielleicht, keine Ahnung, ganz am Anfang taucht immer irgendein Superbösewicht auf. Das ist bei Batman so gewesen, das ist bei Spider-Man so gewesen. Warum nicht da auch? Also wir kämpfen da vielleicht gleich am Anfang gegen Metallo oder so. Und ja, dann irgendwie kommt später Bizarro dazu. Dann wird das immer intensiver, keine Ahnung. Oder Lobo oder ich weiß nicht. Also es gibt da so viele Schurken, gegen die Superman schon gekämpft hat. Und am Ende stellt sich heraus, dass halt Lex Luthor irgendwie dahinter steht und mit seinem Anzug dann hier, weiß ich nicht, eine Armee von Robotern auf alle jagt. Oder man macht vielleicht sogar nicht so eine Story, sondern als erste Story vielleicht, dass dann irgendwie Brainiac kommt oder so. Und dann eine ganze Armee auf die Erde loslässt. Das würde halt irgendwie auch dazu passen. Weil dann hat man einen Grund, wieso da überall Leute rumlaufen und so. Wie bei Batman, da laufen ja die ganze Zeit nur irgendwelche Verbrecher rum. Und bei Spider-Man auch. Aber das musste ja irgendwie erklärt werden. So hätte man dann eine Erklärung, wieso bei Superman so viele Leute rumlaufen. Oder so viele außerirdische, gegen die man kämpfen muss. Wäre auch cool. Das wäre eigentlich alles cool. Jetzt ist allerdings nur die Frage, was hältst du von einem Superman-Game? Könntest du es dir vorstellen? Würdest du es feiern? Oder würdest du das auch feiern, wenn es ein Markimber spielen würde? Oder meinst du, das müsste dann irgendwie lieber in einem anderen Universum spielen? Schreib mir das in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bleib fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tageschau. Tschüss.